Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Together mit Ingo Viva. Und mit Pigmana, ich war gerade kurz einmal. Achso. Ja genau, wir sind hier beim Zombiespiel. Ja, wir spielen Left 4 Dead 1. Und Zoe und Louis sind halt computergespielte Spieler und wir beide halt, klar, wir beide. Genau, was hast du für eine Waffe genommen? Ich habe Maschinen Uzi oder wie die heißt. Achso, die habe ich auch. Hätte jetzt gedacht, du nimmst die Pump ran. Okay. Ja, es geht hier um Zombies. Ihr kennt es ja eigentlich. Und da wollen wir mal gucken, dass wir so gut wie möglich das schaffen. Das Spiel. Wir spielen auf Mittel. Ja. Kacke, kacke, kacke. Wow. Ich glaube, ich muss die Maus höher stellen. What the fuck, Alter? Hier ist nichts. Was, die haben wir noch angeschossen, den Wichser. Okay. Okay, da ist nicht, ne? Na schön. Na, jetzt nichts mehr. Okay. Dann lass uns mal nach unten gehen. Sorry, lass mich mal durch. Kommst du mit? Sicher. Danke, Inga. Wofür? Pass mal auf. Ah, stimmt. Hat ja auch, äh. Dingsbumskill hier. Wie heißt das nochmal? Teambeschuss. Oh, da ist jemand in der Badewanne. Oh, der wollte sich bestimmt baden. Ja. Hat er irgendwie Creme und sowas und duscht. Das hat er gar nicht. Das hat er nicht. Da brauchen die nicht. Kein Sinn, dass die stinkt. Lade nach. Lade nach. Irgendwo ist ein Hunter hier. Alter Vater. Wir haben gerade schon mal ne Aufnahme gehabt, aber halt nicht gezeigt. So, da war wieder einer. Ja, wir haben gerade schon ne Aufnahme gehabt. Die war. Und, ähm, ja. Die waren aber weg. Und in der Zeit plötzlich kamen zwei Horden von Zombies. Und das ist übelst, ey. Wenn die alle auf einen zukommen. Da bist du auch noch oben, ne? Ja. Da war Mutter und Vater. Und da ist Kind. Lade nach. Lade nach. Komm. Ja, die Aufnahme war die... Scheiße. Ich hab Boomer getötet. Ich hör doch irgendwo noch einen. Hier draußen. Da. Okay, wir sind jetzt draußen. Ja, das Spiel ist halt schon ein bisschen älter. Man sieht es auch. Aber macht immer noch hammermäßig Spaß. Genau. Und sich einfach durch irgendwelche Zombie-Horden zu ballern. Und wie das halt so ein Schutzraum kriegt. Für alle, die es noch nicht kennen. Wir spielen. Ja, man muss den Schutzraum immer erreichen. Genau. Smoker getötet. Ich sag dir, wir sind schon nach vorne. Ah, okay. Ihr seid schon nach vorne. Vorne ein bisschen. Gegens Auto würde ich mal nicht kommen. Ich hab... Warte mal. Was ging das Auto? Erzähl ruhig weiter. Du kannst ruhig. Nicht gegen das Auto kommen. Dann gibt die Alarmanlage los. Und dann wird's heftig. Echt? Ja. Okay. Alter, hör auf. Mach das bloß nicht. Ihr seid ja sowieso schon nach vorne alle. Ja, aber... Ich sag dir, wir haben ein Spiel auf Mittel. Wir wollen erst mal gucken, dass wir das hier so einigermaßen hinbekommen. Überhaupt den kriegen, oder was? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Da. Äh, Ross... Oh, zwei Pistolen. Oh, zwei Pistolen. Ich höre da doch was. Naja, ein Boomer. Es gibt hier so, ich glaub, vier Arten von Mega-Zombies. Und die... Ja, so ein bisschen extremer. Und die werden wir auch noch alle kennenlernen. Also der eine war jetzt ein Smoker, dann ein Boomer hatten wir schon. Dann gibt's noch die Rich. Oh, ich bin fertig gemacht. Nein! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Mann, du... Einfach nur noch Wunschballern. Alter! Oh, what the fuck? Er ist in der Hand. Oh! Wieso läufst du nicht? Ich kann nicht mehr laufen! Alter! Einfach nur noch die Bände. Ich werde eine Menge rotzen. Bin down! Ich bin down. Ja, ein Smoker. Bist du ganz da? Ne, ich weiß. Ich hab nur noch... Ich nehm mir die Kit. Ja, auch in Deckung. Müssen wir jetzt da runter? Oder müssen wir langen? Weiß ich gar nicht. Äh... Ich glaub da runter. Ja. Ja, da ist ein Weg. Da ist jetzt... Da ist die... Dingsbums hier. Die, ne? Oh, was sind hier so viele Leichen? Zugemacht und das Spiel geschafft. Also halt das erste Level. Wow. So, allgemeine Abwehr. Die meisten Infizierten getötet. Ich, dann kommt Big Mana, dann kommt Zoe und dann kommt Luis. Geringster Schaden. Ich, dann kommt Luis, Zombie und dann kommt Big Mana. Ja gut, okay. Ich war jetzt gerade auch schon, äh, fast tot. Ja, fast. Das stimmt. Also ich war tot eigentlich. Und Headhunter, Kopfschüss insgesamt. Ich mit 22, 14 und Big Mana mit 10. Ja, weil ich auch die ganze Zeit umzingelt. Man kann, wenn man umzingelt ist, nicht mehr laufen. Jetzt nehm ich mir mal Bande. Paar Bündetenbeschuss. Börje 3. Luis am meisten. Dann kommt Ingmar. Danke, Ingmar. Dann kommt Zoe. Nicht schießen. Ach, ist doch immer noch das Startding. Was? Habt ihr länger geladen? Ja. Ist ja egal. Hauptsache ich bin da. So, das war wegen so ein Speicher, wo man halt neu aufmunitionieren kann und so. Und das ist auch hier gespeichert. Aber man kriegt irgendwann mehr Waffen, oder? Nicht nur die beiden. Äh, ja, glaub schon. Ja, hoffentlich. Okay, dann geht's weiter und jetzt öffnen wir die Tür. Und geh mal rein. Uh, wir klettern. Ja, sicher klettern geht. Ja, wusste ich nicht. Okay, hier sind wir noch. Komm mal runter. Hier sind... Hier sind ein paar. Oh, ich muss nachladen. Oh, ich muss nachladen. Alter, wie gut ich von denen gekickt werde, ey. Ich kann mal Lichter machen. Das stimmt, oder? Das ist schlapp, ne? Hab ja auch ne Taschenlampe. Ja, ich find es trotzdem arschdunkel eigentlich, wenn man das so denkt, ne? Das stimmt. Lade nach! Lade nach! Okay. Alter, die Waffe ist scheiße, ey. Die ist ja voll kacke, die Puppgun, ey. Echt? Ja, ich find die jetzt nicht so toll. Wo ist denn der Boomer denn? Okay, das war der Boomer. Du hast mich angeschossen. Ja, du doch. Ja, vorhin. Mich schon mal. Ja, das ist Rache. Oh, ein Zug. Nächste Station. Da müssen wir nicht mehr. Wir müssen essen. Es ist ein Hauptbahnhof. Hey, ich komm, ich muss einen Zug gehen. Ah, okay. Seid ihr da? Ja. Seid ihr doch nicht. Andere Seite. Ja, hätte man auch noch hergekonnt. Okay, hier scheint es immer mit. Also gruselig ist es ja gar nicht, das Spiel. Nö, das ist ja einfach eigentlich auch nur Munition. Wo, wo? Hier auf dem Tisch. Da ist doch irgendwo was. Ich hör doch. Ich geh mal hier hoch. Tank! Ist das ein Tank? Ja, ne? What the fuck, alter? Boah, wie der mich wegkickt. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab nur ein Leben. Und 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 ich hab das. Ich denk es down. Oh, ich hab den aber unter, äh, außer Gefecht gesetzt. Komm, steh auf! Wie nehm man? Achso. Hä? Ah, ich war feste gesaugen. Ey, äh, spiel! Boah, geil! Was ist denn? Der hat dich weggezogen. Ich muss mal kurz einmal mich sagen. Ja, ich kenn das ja noch gar nicht so. Ich hab's ja noch nie gespielt, außer jetzt einmal zum Test, äh, ob das bei mir geht, das Spiel überhaupt. Was natürlich, selbstverständlich, vielleicht ist. Müssten wir hier weiter? Ja. Ja. Ne? Boomer! 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 Wann kriegt man denn neue Waffen? Du hast, hast du das schon mal gespielt? Ja, im 1, aber da kriegt man sofort am Anfang, kann man die auswählen. Hunter getötet. Was sind denn, ja? Das haben wir eigentlich alle Charaktere... Oh, Sturmgewehr. Ist irgendwo ein Sturmgewehr. Da. Ja, endlich was Messeres. Geile Sache, ey. Ja. Okay, weiter geht's. Weiter. Immer. Alter, wie viele hier sind. Scheiß, die Wand an den. Alter, Lachs. Glatt nach. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel noch immer zu laut ist. Ich hab das schon richtig runtergepegelt. Ist trotzdem noch immer laut auf dem Kopfhörer. Werden wir ja sehen, leider. Warte mal. Schnauze. Licht aus. Was ist das? Ah! Ah. Leise. Was ist das? Ich guck mal, vorsichtshalber. Hörst du das weinen? Ja, was ist das? Das ist die Witch. Die ist sowas von aggressiv. Die darfst du nicht anleuchten mit dem Licht, wenn du die hörst. Okay. Also wenn du so im Dunkeln zu der hingehst, geht es eigentlich. Und darfst nicht auf die schießen. Klar. Ja, wo ist die denn? Ja, die holt ja. Die müsste hier irgendwo sein. Ah, die kommt von hier. Von wo? Die ist über uns. Ja. Die müsste. Boah, die mir jetzt schon. Über uns. Die ist hier da oben, ne? Lass mal hier weitergehen. Ich mach jetzt kein Licht an. Extra nicht. Ach, nein. Ich seh sie. Nicht da hinfeuern. Nicht da hinfeuern. Ich will sie mal sehen. Warte. Da kommt es ja, sie kommt. Ich werde auf die Befeuern, Alter. Hey, Luis. Bitch, Alter. Luis, du... Wie geht es dir? Ich helfe ihm schon hoch. Auf jeden Fall ist sie das. Okay. Dankeschön. Ah, jetzt müssen wir den Türschalter betätigen. Und dann kommen ganz viele Zombies. Das weiß ich noch. Also, nachladen überall. Sucht euch eine gute Deckung, weil jetzt kommen die von überall. Gleich. Ja, warte. Ich such noch. So, jetzt. Und Spaß. Ich meine das ernst. Genau. Mal nachladen ganz schnell. Hier ist das Loch. Oh, Alter. Wie viele hier kommen. Oh, Nasehuck. Meine Nasehuck. Nee, da kommen nicht so viele von hier. Ja, die waren von hinten hier. Das ist alles. Oh, Mann. Okay. Das Tor ist offen. Ist offen? Okay, können wir durch. Das war eine so eine Angriffswelle, aber das ist noch eine leichte noch gewesen. Ja, das habe ich gesehen. Ne? Lass ich die wieder anmachen. Okay. Ah. Ist das wieder so ein Schutzraum hier? Nee, noch nicht. Hier gibt es Sniper. Aber ich nehme mir keinen Sniper. Ich meine, eine M16, die ist schon... Ja, ich habe auch eine M16. Die ist schon gut genug. Ja. Das ist schon... Okay. Aber wo bist du denn immer? Ach, du bist schon immer so weit vor. Ja, das Spiel ist ein schönes Spielboy. Ja, wo bist du jetzt dahergekommen?